Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal heute. Ich werde ein neues Video für euch teilen. Folgen sie uns für die neuesten Nachrichten von Tuba Büyüküstün und Engin Akjurek. Tugba Büyüküstün, die in Ethila ausgestellt war, sprach mit den Pressevertretern. Büyüküstün, du hattest Urlaub, ich bin gekommen. Er sagte, alles sei in Ordnung. Nach den Nachrichten von Atakan Makar aus Habertürk spiegelte die berühmte Schauspielerin Tugba Büyüküstün die Linsen des Fleisches wieder. Büyüküstün wurde gesehen, wie er einen Veranstaltungsort verließ. Tugba Büyüküstün, die sich mit den Pressevertretern unterhielt, gab bekannt, dass sie mit einigen ihrer befreundeten Schauspielerinnen vom Olivenbaum-Filmteam an dem Abendessen teilgenommen habe. Tugba Büyüküstün teilte ihren Followern ihre Worte zu dem weit verbreiteten Video mit, in dem sie sagte, sie wolle es auf Englisch. Tugba Büyüküstün gab einige Erklärungen zu diesem Thema ab. Die schöne Schauspielerin Tugba Büyüküstün traf ihre Freunde in dem Restaurant, in dem sie fotografiert wurde, und wurde dabei gesehen, wie sie sich unterhielt. Warum bin ich ein Mensch? Die ehrlichen Bilder von Tugba Büyüküstün gingen in den sozialen Medien viral. Was Engin Akurek zu dem Thema zu sagen hatte, auf den Schauspieler neidisch war und Aussagen über ihn machte, blieb nicht unbemerkt. Liebe Follower, Tschüss von uns, vielen Dank fürs Zuschauen.